Oh, der ist nicht an mir. Der ist nicht an mir. Der ist nicht an mir. Oh, Papa, bitte. Was geht ab, meine Freunde? Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück auf dem Kanal mit mir, eurem Whitey-Freunde. Ja, Intro immer noch gleich wie vor 325 Jahren. Wir spielen heute mal wieder Roblox und zwar habe ich mir ein Spiel rausgesucht, Weird Strict Dead. Ja, das weiß ich noch nicht, wie das Ganze hier ablaufen wird. Auf jeden Fall ist das so ein komischer Papa. Ja, man sieht es auch schon ein bisschen, der Dude ist nicht ganz dabei. Auf jeden Fall. Ja, also weiß ich nicht, was mit dem Papi los ist. Wir werden es auf jeden Fall rausfinden, Freunde. Ihr stellt die Links in der Videobeschreibung aus und ich würde sagen, wir gehen rein. Und gegebenenfalls bin ich sogar gerade live, wenn ihr dieses Video seht. Also schaut mal gerne auf Twitch vorbei. Okay, rein geht's. Ziel. Chill, ich schätze. Okay. Da ist, glaube ich, da ist Papa, ne? Hallo, Papa. Der Ausflug im Vergnügungspark war heute ganz lustig. Ich hatte so viel Spaß, aber ich habe auch noch ein bisschen Hunger, weil die Pomme... Den Button Quadrat, was für Taschenlampe? Okay. Okay, so kann ich mich hocken. Okay. Müll im Inneren des Hauses säubern. Papa. Hi, Papa. Warte mal, das war mein Vater, ne? Das war der Papa, oder? Jetzt ist die Bude zu. Das war der Papa, ne? Ich glaube, ja. Papa. Danke, war ein toller Tag. Drück mich, Papa. Drück mich, bitte. War ein toller Tag, Papa. Aber nächstes Mal müssen wir vorher hier sauber... Boah, Papa. Ich wusste gar nicht, dass du Kunsträuber bist. Mona Lisa hier. Wir sind reich, Papa. Wir sind reich. Warum bist du da mit mir nur in so einen kleinen Freizeitpark gegangen und nicht mit mir in Disneyland, Papa, wenn wir so reich sind? Hä? Hä? Müll im Inneren des Hauses säubern. Okay. Papa, wo ist Mama? Wo ist Mama? Papa? Papa, gib mir keine Antwort. Ignoriert sein Kind. Ja. Ignoriert sein Kind. Guter Papa. Ist immer da für sein Kind. Oha, ein Amorgos, Papa. Äh, hier ist Auto, da ist dies, da ist das. Warte mal, es liegt oben auch noch Müll. Echt jetzt? Auch noch ne Mülltüte. Okay. Bereite Instant-Nudeln für das Abendessen mit Papa vor. In der Küche. Papas Nudeln, deine Nudeln. Papa, ich koche, ne? Alter, was ist mit dem Vater? Was ist mit dem Vater? Er lässt es sich aber gut gehen hier, ne? Er lässt es sich aber gut gehen hier. Warte mal, wie geht das? Nudeln kochen. Instant-Nudeln. Eine rohe Nudel. Ich hab ne rohe Nudel. Oh, guck mal. Ich hab rohe Nudeln. Papa, für dich. Papa, ich setz mich hier hin, okay? Siehste? Essen mit Papa. Hab ich. Refile the generator. Okay. Wo ist der Generator? Der? Wo ist der? Der ist aber großer Kunstlieb. Was ist denn das? Bild. Was ist das denn? Ah, die Gaskanne. Okay, voll hab ich. Okay. Ja, ja, wir müssen ja den Generator auffüllen. Refile. Refill. Heißt das nicht? Refile. Wo ist denn jetzt der Generator? Ich muss die Heizung anschmeißen. Mir ist kalt. Mach mal Licht aus. Mann, ey, ich mach lieber Licht wieder an. LG, Alter. LG Fernbedienung. Was ist denn der Generator? Äh? Höre was, Papa. Ich bin erschrocken. Papa. I wonder who's knocking outside. Ich auch. Ich bin auch verwundert, wer da draußen klopft. Papa wird nach draußen gehen, um das zu überprüfen. Okay, Papa. Bis gleich. Ich kann währenddressen Fernsehen gucken. Okay. Papa, bis gleich. Ne, ja. Noch mehr? Ach so. Warum sagst du das denn? Hä, du? Hä? Geh doch einfach zur Tür. Oder Papa wird wütend. Geh doch einfach zur Tür und guck, wer da... Wollte ich. Na komm, ich geh ins Bett. Mach mal lieber die Tür zu. Schalte die Klimaanlage ein. Ja, gut. Schalte alle Lichter im Haus aus. Weiß ich jetzt nicht, ob... Ob ich das will. Ich mach mal hier oben nochmal an, ne? Guck mal, wir haben sogar Kameras. Sehr gut. Weiß ich nicht, ob ich alle Lichter ausschalten will. Mach mal hier die Tür zu. Tür zu. Schalte den Fernseher unten an. Schalt. Warum? Was? Geh schlafen. Wir haben 10 PM. Warum soll ich denn jetzt den Fernseher anmachen? Ich mach wieder Licht an. Ist mir doch egal. Ich mach wieder überall Licht an. Interessiert mich doch nicht. Ich zahle ich Strom, ne? Papa soll Strom zahlen. Ist mir doch Lachs. Sag ich so, wie es ist. Sag ich so, wie es ist. Wenn der Mann einfach rausgeht. This message is from the FBI. Beware of a mysterious man who haunts front porches. His ear presence luring unsuspecting victims into a malevolent possession. The FBI is deeply concerned about this unplaned in Obiden. If you encounter the man on the porch, avoid eye contact, retreat in doors, and call law enforcement immediately. Spread this warning to protect your loved ones and help unravel this ominous mister. FBI, your safety matters. What? Jetzt haben wir 11 PM. Überprüfe die Eingangstür. Der wird jetzt sauer sein, der Alte. Och du Heiliges. Da ist er. Warum unterhält sich der in Schlafzimmer und überprüfe den CCTV? Ach so, die Kamera, okay. Das ist doch lächerlich. Papa hat gesagt, ich soll um 10 Uhr schlafen. Geh doch einfach pennen. Da wird schon nix sein. Wie komme ich hier raus? Wie komme ich hier raus? Jetzt muss ich da alles normal machen, ne? Okay. Okay. Ich schlaf, ich schlaf, ich schlaf, ich schlaf. Ich schlaf. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Okay, der ist nicht ganz dabei, der Mann, ne? Überlebe die Ne... Ich bleib einfach liegen. Ja. Ich bleib... Hä? Ach so, okay. Ich muss Energie aufpassen, essen. I do it. Okay. Aber was muss ich jetzt tun? Ach so, ich muss... Ich muss die ganze Zeit essen, trinken. Das muss ich tun. Ich verstehe, okay. Ich muss, damit ich überlebe. Okay, wir haben jetzt 0... Wir haben jetzt 0 Uhr. Okay. Wir haben 0 AM, also 0 Uhr. Okay, wir haben jetzt 12. Das heißt, ich muss die... Alles klar, okay. Okay, das heißt... Wir müssen trinken, essen, trinken. Essen, trinken. Oh, der ist nicht da mehr. Der ist nicht da mehr. Der ist nicht da mehr. Oh, Papa, bitte. Papa, bitte. Papa, bitte. Ich überlege gerade, ne? Ob ich nicht mir schon mal vorher Wasser... Ob ich mir nicht vorher schon Wasser besorgen kann. Wisst ihr, wie ich meine? Ob ich das nicht schon alles einmal voll machen kann? Guck mal, geht, glaube ich. Das Einzige, was nicht geht, ist Energie. Okay, ich glaube, die drückt jetzt gleich sofort auf die Kamera, die alte, ne? Okay, auf geht's. Ich glaube, die macht jetzt sofort Kamera. Die ist im Bett. Ich soll das machen, okay. Okay. Ey, jetzt habe ich schon mal einmal Nudeln und einmal Wasser vorbereitet. Besser geht doch gar nicht. Besser geht doch gar nicht. Guck mal, selbst der Chihuahua hat Angst da vorne. Okay, überlebe die Nacht. Kein Problem. Komm, das kennen wir alles, alles gut. Alter, wie smart, dass ich mir jetzt schon einmal Nudeln vorbereitet habe. Das ist sowas von smart, ne? Wirklich jetzt. Das ist ja ganz anders smart. Was macht die denn da jetzt? Die bleibt da jetzt liegen die ganze Zeit, oder was? Um Gottes Willen. Okay. Der dreht voll am Rad, der Alte, ne? Der dreht voll am Rad, der Alte. Aber warum bleibt... Ach, jetzt. Hey, da guckst du, wa? Ja, ich habe mir schon einmal alles vorbereitet hier. Da guckst du. Ja, super. Ja, super. Jetzt den Generator. Gott, wir brauchen Sauerstoff, ne? Die macht ja gar nichts. Ich muss abhauen. Ich muss sofort Ding ins Bett. Sofort. Warte mal. Alter, wie smart ich einfach bin. Wie smart ich einfach bin. Gerade mit dem Essen und so weiter. Okay, der pennt, der Mann. Der pennt. Alles gut, der pennt. Wo ist sie denn jetzt hin? Wo ist sie hin? Ach, die ist rausgegangen, die schlechte. Scheiße. Boah. Die ist rausge... Oder die ist gestorben. Kann auch sein, dass die gestorben ist, weil die nicht aufgepasst hat. Yeah. Muss essen. Aber ich muss da hinten. Okay. Okay. Das eine war ein Satz mit X. Der Vater war einfach zu psycho drauf gewesen. Da konnte ich nichts machen. Jetzt spielen wir noch eine Runde. Mr. Guise, glaube ich. Ja, Mr. Guise Gameshow. Das haben wir schon mal gespielt vor ein paar Monaten. Fand ich ganz witzig. Deswegen gehen wir da auf jeden Fall nochmal rein. Auf geht's. Ach, mittlerweile kann man diese... Okay. Das kann man mittlerweile kaufen hier. Oder so Sabotagen. Jumpscares und so. Okay. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. You don't want to step on for too long, though. Hehehehehe. Hehehehehe. Krr. Du Eumel. One. Go. Auf geht's. Oh Gott. Good job. You did it. Ja, er darf wieder allen, oder was? Ist das unfair? Das ist so unfair. Geil, das Spiel, ne? Easy. Easy. Hat er sich so gedacht, der Eumel? Hat er sich so gedacht, der kleine Lümmel? Ja. Ja. Hat er sich so gedacht? Darauf erst mal ein Schluck Hauli. Mr. Fett. Mr. Fett. Oh nein, ist das nicht das im Kreis? War das nicht das im Kreis oder so? Ne, irgendwas war doch mal mit Abstimmung, ne? Da haben die... 2, 2, 1, go! Wer hat denn Mr. Fett? Wir müssen nicht Mr. Fett halten, ey, nö. Ich glaube nicht. Oh, okay. Sehr gut. Warum hat sie denn jetzt Mr. Fett genommen? Oh nein, bumm. Ja. Entschuldigung. Manchmal geht's mit... Sorry. 3, 2, 1, go! Okay. Boah! Oh, Butterfly dreht durch. Macht gar nichts mehr, ne? Ja, direkt weg. Gegen wen muss ich denn? Ich muss gegen Tamari, ne? Oh Gott im Himmel. Okay, ich muss gegen Tamari. Warum? Was jetzt? Was denn? Oh ne. Okay. Alter. Alter! Er hat sie richtig weggetreten. Er tritt die... Er tritt die richtig weg! Wie viel Leben hat... Die ist weg. Die ist weg. Stacheln. Oh Gott, wir müssen Mr. Fett besiegen, ne? I see. Mit den Bomben, kann das? Tritt sie weg! Ich hab gewonnen. Tritt sie weg! Nein. Ich weiß, wie ich was machen muss. Ich muss den ja irgendwie besiegen können. Den dicken. Komm, diese Scheißbomben wieder. Oh Gott. Ob ich muss an die Bomben? Kann das? Alter. Alter. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Aber der hat ja irgendwie ein bisschen Leben verloren. Ich schwöre auf alles. Ich weiß, was muss ich tun? Ich hab das ohne nicht gesehen. Ich hab das nicht gesehen unten. Ich hab das nicht gesehen. Ich hab das nicht gesehen. Oh mein Gott. Meine Nase juckt so heftig. Ja! Ich wusste nicht, was ich machen musste. Alter. Ich hab das mit den Bomben nicht gesehen. Ich hab gewonnen, Alter. Ich hab das mit den Job. Zerack. 1-2-1-1-2-1-1-2-1-2-2-1-2-1-2-1-1-2-1-2-1-1-2-1-1-1-1-2-1-2-1-2-1-1-2-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1! Ciao, ciao.